also wir suchen auch Freunde wir haben nämlich keine wir haben nur uns beide diesen Brüll wir gehen dann mal im Backshop einkaufen wir sind richtig asozial und wir haben nicht mal ein Handy und auch ein Fernseher den haben wir aber gefunden das andere wurde uns alles gespendet und ja wir suchen vielleicht auch Freunde am besten Emo man sieht wahrscheinlich dass wir Emos sind aber am besten wir halt auch einen Emo-Freund für uns beide ja also wir sind nämlich schwul wir tragen uns nicht an unsere Gesichter zu zeigen aber ihr könnt euch ja anschreiben und oh oh das ist eine Mitte scheiße das ist eine Mitte das ist eine Mitte